Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von GoDick2, die Nacht des Raben. Ja, ich habe für uns gleich mal Licht gemacht. Ich trottel. Ich habe vergessen, das Licht einzuschalten. Ja, ich habe die Stromrechnung nicht bezahlt für die Spruchrolle hier, oder besser gesagt, für diesen Stein hier, für die Rune hier. Und ja, jetzt habe ich alles beglichen. Mit Ork-Blut. Nein, Spaß. Apropos Ork-Blut, da kommen sie ja schon wieder, ne? Unsere Schätzchens. Alter, schwer. Ich hoffe, es ist keine Elite dabei. Ich hasse Elite-Typen. Ja, eben doch. Es sind sogar, glaube ich, zwei dabei. Ich hoffe, wir schaffen es, dass ich sie... Alter, die klaue. Ich hoffe, dass ich es schaffe, sie bis zur Burg... Alter, ich lecke, ne? Die anderen dürfen normal laufen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, sie bis zur Burg zu... zu... ähm... Ja... Pullen. Es ist vielleicht besser, wenn ich die Klaue einstecke. Mal besser, mal schlechter, ne? Da kommen sie wieder. Jawohl. Jetzt wird es gleich wieder laut. Die haben nämlich ein lautes Organ, wie wir ja wissen. So, komm her. Und Kachanga. Und Kachanga. Kachabum. Und noch mehr. Kachang. Kabum-Chang. Boing. Komm. Au, 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 au. Alter, alter. Ne, das ist jetzt nicht der Ernst. Gescheiße. Ja, muss ich nochmal laden. Ja, ne? Ist er durchgekommen, die Drecksau. Ja, und natürlich haben wir einen Lade-Bug. Wie soll es auch anders sein? Gut, nochmal das Licht eingeschalten. Geh, ist das ärgerlich. Fängt schon wieder super an, ne? Kommt her, ihr Krüppeln. Ja, jetzt kommt's. Na, geht ja. Nochmal dasselbe Spiel. Boah, ärgerlich. Ärgert mich grad wirklich, ja? Es ist echt lästig. Aha, jetzt ist nur er. Perfekt, dann können wir selber umhauen. Wenn er halt Schaden macht. Sehr gut. Schön ausgeraubt. Perfekt. Das ist mir glatt ein Speichernwert. Ah ja. Na gut. Und weiter geht's. Da, 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 da. Trottel Orks. Hallo. Da kommen sie. Höchstwahrscheinlich auch ein Warg hinterher. Das wäre nicht so fein, weil die laufen schneller als ich. Oh oh. Ich höre es, da ist ein Warg dabei. Oh oh. Alter Lauf. Ja, aber dafür hat's aufgehört zu lecken. Ja, da kommt immer noch jemand. Sehr gut. Da, 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 da. Bitte Scheißkerl, ne? Ist es jetzt einer oder sind's mehrere? Ich glaub, es ist nur einer, ne? Arschkopf. Schaut aus, als wenn's nur einer wär. Komm her, du Arschkopf. Batsch, Batsch. Komm. Katschigam. Oh. Ey, du sollst blocken. Trottel. Jawohl, erledigt. Knapp, aber doch. Hui. Ja, ne? So schaut's aus. Da trinken wir wieder flott was. Jawohl, ja. Schön runter damit. Ich hätte auch in die Burg gehen können und schlafen. Ich weiß, aber was soll's. So. Schön weg mit den Schwammerln. Passt. Die Waffe gezückt. Und gespeichert. Passt. Die nächste Bagage. Ha, ja. Ne? Hm. Ah ja, da fällt mir gerade ein, ne? Warum wir eigentlich jetzt wieder Nacht haben eigentlich, ne? Der Spielstand quasi, der Schluss quasi von gestern, der wollte nicht rechts. Also, ähm, ich konnte das nicht speichern. Das heißt, die drei Orks, die da oben noch standen, die zwei Krieger und der eine Schamane. Ja. Bist du alleine? Ja. Äh, die leben jetzt wieder. Wow. Die werden wir dann zu späterer Stunde wieder umhauen. Jawohl. Der ist erledigt. Das ist schön. Wir haben kaum Schaden bekommen. Der hat nichts. Wir haben kaum Schaden bekommen. Das heißt, wir essen wieder ein paar Schwammerln. Ja, schön langsam wird's ja Licht. So. Passt. So, schön gespeichert. Passt. Naja, was soll's. Gut. Hallo, Warkkrüppelfich. Bitte nur einer? Wow. Dreckschamane. Okay. Komm, ichxes nur ein Wark nach. Ja. Ja. Das ist gut. Wenn ich ihn sehen würde. Aha. Okay, da kommt er erst. Jetzt da. Jawohl. Und Kachanga. Und nochmal. Jawohl. Oder so. Oder so. Ja. Oder so. So, das Speichern mal. Ich muss jetzt alle rein speichern. Es hilft nichts. Das ist nicht gerade leicht, was wir hier da tun. Oha. Da liegt was. Eine Steintafel. Und da kommt ein Ork. Da kommt ein Örekchen. Und der Scham ist auch schon wieder zu wieder. Jawohl. Komm her, Drecksorg. Uka-Chaka. 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 Kachanga. Komm. Kachanga. Wow. Also das hat halbwegs getroffen. Ja. Und wieder speichern. Kachanga. 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 Hundilein. Wow. Wow. Wie viel Schamann sind es in einer nur? Ich will den Barg haben. Oh, oh. Da ist irgendwas. Ich hab was anders gepullt. Zwei Elite. Ich muss weg. Zwei Elite hab ich gepullt. Ich bin der größte Schinnie. Wow. Auf der Welt. Hilfe. Alter, 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 Alter. Hör auf, du Watschka. Lauf, Alter. Wow. Und das Licht ist auch schon wieder aus. Wow. Mami, hilf. Alter. Alter. So. Kachanga. Wamm. Jawohl. Das war's mit dir, du Mistviech. Boah. Ich werde jetzt gleich zu Burgraff hatschen. Ich werde jetzt pennen gehen. Das zahlt sich gerade aus, weil wir ja hier sind. Die Waffe ist irgendwo. Ist mir jetzt auch wurscht. Alter, ist der finster. Yes, das nah. Schnell pennen gehen. So. Und. Ali hopp. Wenn man da nicht auswendig weiß, wo man hinhatschen muss, sieht man gar nichts. Ich weiß, ich könnte mir das Licht anmachen, aber wir spazieren jetzt ein bisschen im Dunkeln rum. Scheiß doch auf das Licht. So. Lala. Lala. Bald ist eh wieder Tag. Das ist nicht mein Problem. Ja, ja. Ich hab's nicht geschnallt. Ich weiß, es ist mein Problem. Ja, ich bin schuld. So. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen, Penn. Boah, das hat gut getan. Sehr schön. Und ran an den Speck, aus dem Weg, aus dem Weg, da Tüter da. Ich wundere, mich über gar nichts mehr. Jetzt bleibe ich da ernsthaft. Ja, bitte das nicht. Langsam. Wow. Sehr gut. Ali hopp. Juhu. Ali hopp. Äh, so. Äh, machst du. Da, so. Und. Dann hüpfst halt. Wow. So passt. Jetzt ist die Frage, ob ich nicht von der Seite da jetzt mal weitermachen sollte. Ach, scheiß drauf. Gehen wir da drüben weiter. Jetzt haben wir da schon so schön angefangen. Machen wir gleich weiter. Ich könnte jetzt eigentlich gleich da unten so rüber schräg hinlaufen tun. So irgendwie. Wah. Äh, ja. Das hat sich ausgezahlt. Das wollte ich so haben. Hahaha. Eigentlich nicht. Aber ist ja wurscht. So. 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 Wir sind da. Und einmal schön speichern. Yeah. Ach, ist ja viel angenehmer schon für die Augen alleine. Für die Äuglein ist es besser, wenn man was sehen tut. Lalalala. Wo ist denn dieser dämliche Wark? Oh. Wä? Wä? Ja, ist schon gut. Komm, lass dich unschnalzen. Alter, ich muss weg. Oh. Ich muss weg. Da kommt eine ganze Armee. Tschüss. Auweia. Hui. Klaments. Die waren schon recht knapp dran, ey. Kommt sie, Deppen. Alter Schwede. Uka-Chaka. 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 Kommt sie mit, die Deppen. Ich will sie wieder dort zur Burg hingleiten. Hinführen. Damit wir sie hier am besten platt machen können. Ach so, die Deppen bleiben da hängen. Dein Ernst jetzt. Das soll gehen? Der Ernst ist hin. Wow. Ja, und die anderen beiden jetzt dafür, ne? Alter, aua, aua, aua. Boah, ey. Der eine ist wenigstens schon mal eingegangen. Oh. Mami. Oh. Alter. Ja, ja. Da bin ich. Hallo. Kuckuck. Ja. Das ist aber wieder klar, ne? Dass du hier reinklangst, du Arschkopf. Komm, geh abnibbeln. Komm, Kachanga. Komm. Jawohl. Aus ist mit dir. Wo ist der andere Depp? Ah, da hinten wieder. Alle hopp. So. Runterputzeln. Und Kachanga. Jawohl. Und Kachanga. Jawohl, das war's. Gut gemacht. Ja, so macht man das. Alle hopp. Yay. Nicht schlecht, Herr Specht. Das lief ja nicht so schlecht. Nicht schlecht, schlecht, schlecht. Gut. Dann hat Schma... Ach nein, warte. Da oben war ja noch ein Orkilein. Den lud man noch aus, falls er nicht schon gedießbordet ist. Nein, da liegt er noch. Flach wie eine Flunder. Servus, du Trottel. Nichts zu holen. Okay. Ist mir auch recht. Dann hatsch man da einfach weiter. Ach, du Heilige. Alles niedergebrannt. Wenn man bedenkt, was da alles für Hütchen standen und so, ne? Wer sich noch an den Einzelteil erinnern kann. Wer nicht weiß, wovon ich quatsche, ich hab den Einzelteil schon. Let's play it. Anfangs zugegeben, ja, grafisch noch ziemlich mau, aber im Laufe des Spiels, hab ich dann in Erfahrung bringen dürfen, dass es eine Mod gibt, die auch HD quasi unterstützt und so. Oder das Ganze hier HD anzeigt. Also nicht verpixelt. Äh, falsch hier. Und hab das dann auch installiert. Hat super geklappt. Aber es gab halt leider immer noch das Problem mit dem Flackern, das ich hier auch habe. Aber ich glaub, hier ist es ab und zu recht abgeschwächt. Stirb endlich. Bitte stirb. Jawohl. Boah, ich muss weg. Ich wollte nur die Erfahrungspunkte haben. Mami. Alter, alter, alter. Alter. Da ist eine ganze Armee. Ich glaub, das sind jetzt fünf Orks oder was. Jesus und Maria. Alter, lauf um dein Leben. Ja. Kommt's nur, ihr Bastarde. Hoffentlich glitschen sich die Deppen nicht wieder fest. Hört sich, glaub ich, bedrohlich nah an. Das hört sich sehr bedrohlich nah an. Aber hier müsste man wieder sicher sein. Alter, wo willst du hin? Kachanga. Und Kachanga. Der erste hat es überstanden. Und Kachanga. Kachanga. Komm, mach. Kachanga, komm. Kachanga. Knister. Brüssel. Ja, der ist auch erledigt. Du Arschloch. Voll daneben. Trottel. Trottel. So, jetzt bist du dran. Chuck, 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 Chuck. Back. Chuck, Chuck. Komm, Kachanga. Und auch mal. Kachanga. Komm. Alter. Das ist ein Trottel von Ork. Jawohl. Voll ins Kreuz rein. So muss das ausschauen. Ja, Ork-Schlachten ist anstrengend. So. Da meine Ork-Axt. Jo, passt. Jo. Jo, jo. Schau mal kurz auf die Uhr. Passt. Haben wir noch Zeit. Haben wir noch Zeit. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Da wir wieder am Ork-Schnitzeln sind... Äh, Schnetzeln. Am Ork-Geschnitzeln machen. Äh. Ja. Ähm. Dachte ich mir, mach ich wieder 30 Minuten heute. Jo. Damit wir auch mal weiterkommen. Hier. Tun. Zumindest ist das mal mein Plan. So, ja, ja. So, ja, ja. So, ja, ja. Tra, la, 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 la. Schön verjausnen. Sehr gut. Und wieder speichern. Sehr gut. Jetzt wäre ich nur neugierig, wo die ganzen... Okay, da drüben haben wir noch einen Schaman. Da oben einen Warg. Wie es ausschaut, Elite-mäßig sind wir fertig. Derweil. Oh nein. Sind wir nicht. Das ist der Wahnsinn, ne? Wenn ein deporter Ork seine Waffe zieht, kommen 20 Orks nach. Muss das sein? Hört sich an, als wenn es nur einer wäre. Ja, die anderen drinnen. Kachanga. Und da ist auch ein Elite dabei, was ich gerade merke. Jawoll. Erledigt. So. Das Blöde ist halt, dass ich immer irgendwie so blöd Schutz suchen muss, ne? Ich kann dir jetzt nicht mitten in den Haufen reinrennen und sagen, so, ich mach euch fertig. Das würde vielleicht als Magier gehen, wenn ich ständig diese Feuerstimme kasten könnte. Aber so. So wird das noch nix. Da ist auch ein Trank, okay. Alter, das ist schwerer. Ja, ich bin ja gerade so konzentriert am Laufen, dass ich aufs Keplerin vergesse. Ist jetzt eine Elite dabei? Drei Orks. Drei. Drei Orks. Drei sind doch einer zu viel eigentlich. Aber jetzt haben wir eh schon gleich da. Sind es jetzt zwei oder sind es jetzt immer noch drei? Wow. Alter. Hör auf damit. Ich glaube, das sind nur zwei. Komm, mach Kachanga. 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 Geh. Ähm. Oh. Alter. Jawoll, der ist hin. Du Drecksau. Komm, mach Kachanga. Kachanga. Kappenlitzel. Jawoll. Sehr gut. Erledigt. Das passt. Hervorragend. Passt. Hervorragend. Und weiter geht's. Wenn das Geha... Äh, warte, ich gehe da unten. Wenn das Gehatsche nicht wäre, wäre es ja wirklich angenehmer. Aber, ja, wie gesagt, es gibt sicher andere oder bessere Lösungen als das, was ich hier einstelle. Aber, wie gesagt, für 300 Erfahrungspunkte, also mindestens 300 pro Kopf und Nase von diesen Viechern ist mir das bisschen Gehatsche schon wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre mir auch lieb, wenn wir uns hier im Zelt verstecken können, wenn ich eine Garantie hätte, dass das so funktionierend Täti tut. So. Greerseink. Da ist noch so ein Elite-Krüppel. Irgendwie wird da nichts weniger, oder? Naja, da kommen sie wieder. Äh. Ne? Zwei. Und die Elite, glaube ich, ist weg. Ja, ich probiere es mal. Zwei dürfte machbar sein. Katschanga. Und Katschanga. Mach, mach, geht zu. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Der Elite hat nämlich umgedreht, was ich so mitbekommen habe. Und auf einmal, boom, volle Breitseite. Alter, da wird es mich wieder schön fetzen, ne? Aha, 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 aha. Alter, was wir Kräuter haben. Was ist das? Heilpflanze 335. Ich muss Tränke machen. Tränke lernen, tun, machen. Alter Schalter. Ich hoffe nur, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe und dass man vielleicht nicht doch Pilze hätte gebraucht, um Tränke zu machen. Das würde mir jetzt sehr leid tun. Da muss ich halt irgendwann einmal offscreen nochmal in den, ja, sag ich mal, in den entlegenen Teil von Korinus marschieren und schauen, dass ich Pilze bekomme. Ist hier irgendwas Besonderes? Ist hier irgendwas Besonderes? Nö. Vargi, komm her. Ist da drüben nochmal eine Elite? Alter. Ja. Ist. Boah, so viel Elite. Komm her, du Scheißwahn. Und Kachanka. Und Kachanka. Und? Bam. Kaputo. Ah, da wird sich Bospa freuen. Der kriegt so viele hübsche Wagfälle von uns. Zwar ein bisschen zerschnitten, aber das gehört sich leider so. Das ist so bestellt. So. Wah. Ich bin da mal weg, die E. Komm, schrei. Passt. Es ist nur ein Elite. Den Krieg macht klein. Wow. Ah. Huh. Huh. Und Kachanka. Komm. Blocken. Kachanka. Jawohl. Und? Mach, Kachanka. Komm. Kachanka. Jawohl. Passt. Das lief super. Super lief das. Alles ist so super. Wie viele Erfahrungspunkte? Oh, boah. Vielleicht bringen wir das sogar heute noch zusammen, dass wir noch eine Stufe aufgestiegen kriegen. Und wenn wir schon mal hier in dieser Gegend sind, könnten wir ja, eigentlich könnten wir da... Ah, der eine zügt seine Waffe. Der eine Schamane ist irgendwie dämlich. Komm her, du Scheiß-Wag. Ich muss aufpassen, dass hier auf einmal von hinten irgendwie so ein dämlicher Ork daherkommt. Komm her, Scheiß-Wag. Ein dämlicher... Dämliches Mistviech. So. Her mit deinem Fell. Ja, ich trau mich hier zu speichern. Ich bin größenwahnsinnig. Yep. Wow. Hm? Ne? Alter. Katschanka. Katschanka. Passt der es hin? Sehr gut. Her mit dem Zeugs. Der eine Schamane da, der hat irgendwie... Weiß ich nicht. Dachscharn oder so. Wagfell. Noch ein Wagfell. Schnellstmöglich was trinken. Bröstlichen. Zu eurem Wohl. So. Dann so. Und so. Waffe gezückt und speichern. Geronimo! Okay. Jawohl, das... Nein. Nein. Nicht Bug. Ach komm, das lief doch gut. Naja. Kann ich irgendwas machen jetzt? Das ist ein Wahnsinn, ne? Nach immer circa guten 20 Minuten kriegt er Anfälle. Jetzt mach... Reiß dich zusammen. Ich lade schnell. Sofern es mir möglich ist. Passt. Und hoffe, dass der Bug dann weg ist. Okay, er tut irgendwas. Komm, du schaffst es. Jawohl. Na los, mach hin. Ach, du Schande. Ich weiß auch nicht. Und laden. Ja, und laden. Hoffentlich... Können wir das so beheben. Und... Komm. Sei lieb. Sei brav. Ja, gut. Das haben wir mal. So, probieren wir es nochmal. Gut. Jetzt scheint es hingehauen zu haben. Sehr schön. Halt. Ein Wag. Geh mich... Du tust mir jetzt momentan nicht noch weh, weil ich muss hier noch was umschauen. Also mir umschauen. Und zwar hier. Einen Trank und die... Den Blauflieder. Sonst scheint hier nichts zu sein. Passt. Wieder einmal speichern. Ja, schaff Zeit. Und jetzt habe ich Zeit für dich. Komm daher. Boah, da haben wir ein ganz schönes Stück gearbeitet heute. Oh, so saufig. Boah, der Blitz hätte gar nicht besser passen können. Ehrlich nicht. Komm. Und... Kachanga. Passt. Der Blitz hätte gar nicht besser passen können. Schön gespeichert. Dann... Ja, okay. Da ist wieder viel Elite, ne? Da werden wir wieder alles pullen. Boah, das sind viel. Ja, pullen wir alles. Ja, so ist das halt, ne? Lauf mal halt ein Stückchen. Ja, ja. Ich glaube, da kommt nur einer, oder? Ja, es kommt nur einer. Was für ein Glück. Kachanga. 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 Der Block natürlich wie immer nicht. Komm, Blitz. Jawohl. Das war schöne Arbeit. Das war super. Das war super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mit... Also, oder zu ähnlich halt. Mit dem... Mit dem Zelt. So, schön runtersaufen. Wir haben gebratenes Fleisch. Köstlich. So, und speichern. Wie spät haben wir es? Äh, ein bisschen haben wir noch. So, ich glaube, ein, zwei Minuten oder so. Gleich wird wieder die ganze Meute auf uns zugestimmt kommen. Das ist halt leider so. Ja, und ist es soweit. Wenn wir aber wenigstens ein Elite nach dem anderen wegbringen würden, also umbringen könnten, wäre das schon geholfen. So, diesmal hört es sich aber leider an, dass es mehr sind. Schauen wir mal. Komm. Komm. Schneller. Blitz, 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 blitz. Blitz. Jawohl. Alter. Ist das jetzt dein Ernst, du Sau? Ich muss schnell was trinken. Volle Gesundheit. Mach. Die muss ich jetzt opfern, leider. Du dämlicher Kack-Ork-Ork-Duellendiger. Ist ja wahr. Unfassbar, ey. Jetzt muss ich dann aufpassen, dass ich hier in diesem Zelt nicht auch gleich einen Bug mal reinbekomme, weil da schon so viele Orks herumliegen. So, speichern. So, speichern. Wie schaut's aus? Okay. Level Up bekommen wir heute nicht mehr zusammen, aber das nächste Mal. Jo, jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen einzigen Ork umnähten können. Äh, was? Nichts zu holen. Wie ist denn... Ach so. Den haben wir hier umgehauen. So, mal schauen, ob diese Drecks-Elite da noch mitkommt. Zwei Wachs. Drei Wachs. Vier Wachs. Okay, der eine. Komm her. Den einen, den Krimmer. Komm her, sauf ich. Quatsch. Jawohl, das klappt es super. Oh, jetzt kommen alle Wachs. Das will ich nicht haben. Einer reicht mit voll und ganz. Ja, toll. Jetzt kommen drei. Komm, schnell, schnell. Blitz, Platz. Blitz, Blitz. Komm. Blitz. Nee, das klappt nicht, glaube ich. Stirb weg. Du, wenigstens. Komm, Bach, Blitz. Alter, wie dumm. Jawohl. Natürlich, ne? Das war jetzt echt wieder super. Lief gut, ne? Und dann sowas. Frechheit. Naja, was soll's. Dann ist es unsere Sorge. Beim nächsten Mal, würde ich sagen. Na, fein. Ich stelle mich rein. Nehme unseren toten Walkfreund hier. Oder so zumindest irgendwie. Na gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann wir das Video schauen. Genau, weil ich schaue es auch. Wann ihr das Video schaut. Und, ähm, ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Heute hab ich's wieder, ne? Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.